Musik Ja und hier sind wir wieder bei NewDo und ich freue mich auf einer unserer nächsten Gäste und zwar kommt mal wieder eine Frau zu NewDo Auf ihrem privaten Kanal hat sie mittlerweile über 150.000 Abonnenten Na wie ist hier wer kommt? Okay, oben in der Überschrift stand es schon Sie ist bekannt geworden auf YouTube durch ihre Teilnahme bei Pong Sie wohnt ja oder lebt in der Pong WG Und ihr habt jetzt die Möglichkeit Joyce eure Fragen zu stellen Entweder hier unten per Kommentar oder man soll ja auch eine Videoantwort jetzt in die Kommentare posten können Weil sie uns die Funktion hier auf YouTube geklaut haben Sonst findet ihr auch unten in der Beschreibung den Link zu unserer Facebook-Seite Da könnt ihr uns einfach den Link von eurem Video dann auf jeden Fall auch schicken Den Kanal zu Joyce und den Kanal auch zu Pong findet ihr unten in der Beschreibung Einfach auschecken und wenn ihr Bock habt das Interview nicht zu verpassen Uns hier einfach abonnieren, würden wir uns natürlich sehr drüber freuen Und ich freue mich auf eure Fragen entweder per Kommentar oder per Video Und dann sehen wir uns bald zum Interview mit Joyce hier bei NewDo